Gebirge. Gebirge ist eine Landschaftsformation. Gebirge besteht aus vielen Bergen, die zusammen eine Gruppe bilden. Man spricht auch von einem Gebirge, wenn es einen einheitlichen Namen hat. Zum Beispiel sind die Alpen ein großes Gebirge. Und auch die Mittelgebirge werden als Gebirge bezeichnet. Zum Beispiel, es gibt den Teutoburger Wald und es gibt den Westerwald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017